Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid und zwar heute mit einer Runde Kaser AP im Jungle. Und ja, womöglich, oder so ist mein Plan zumindest, ist auch Full AP. Ja, das heißt mit der W kann man richtig, richtig viel schön reinballern. Oh, ich spiele sie jetzt das erste Mal wieder seitdem, also ich quasi, ich habe sie einmal auf dem PBE gespielt und seitdem das erste Mal jetzt auf dem echten Server. Nehme mal Tonti mit. Lux ist leider RIP, das ist nicht so geil. Nelly Sin und Z, ne? Einfach nur ein Dream Team. So, dann nehmen wir die Dinger, versuchen wir es mal. Na, let's try, Leute. Let's try, aber ihr seht schon, das ist gewisserweise eine Geburt. Definitiv, ja. Charge, 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 zack, zack. Also, nicht schön, aber es geht, ja, es geht. Ja, mit Lenkenken ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, da müsste der wirklich engagen, ja, dann wird das gehen. Ja, komm, wir gehen einfach mal drauf zu, machen ein bisschen Schaden, hier, zack, in dein Gesicht, noch mal ein bisschen in dein Gesicht. Ist gar nicht so wenig, tatsächlich. Kommt der noch? Ne, der kommt nicht, sehr gut. Sehr gut, dann gehen wir mal schnell hier, wir müssen ein bisschen farmen erstmal, Leute, ne? Wie sieht es bisher aus? 3-3, alles even, das ist gut, top lane 0-3. Lux wurde wieder abgeholt, allerdings sehe ich mich da, Leute. Da sehe ich mich. Ne, wir snacken uns nochmal ganz kurz ein bisschen AP, ich hoffe, der geht nicht weg. Ich glaube, der geht zum Red Buff, der ist nämlich gerade gekommen. Ich könnte einfach drüber flashen oder ich snipe einfach. Ah, ich habe halt noch kein Level. Ah! Ah! Ja! Ja! Okay! Ja, doch! Ich ne... Ja, finde ich gut! Top! Top, die Watte quillt! Schön! Schön, schön, schön! Na, finde ich richtig, richtig schön! So! Da, 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 Z kommt, Z kommt, das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Wir müssen, ähm... Das ist gar nicht so schlecht, tatsächlich, den Outplay jetzt einfach. Ah, okay, da war er nicht. Hey, wo ist denn der? Hat der Angst? Are you having Angst? Ha! Angst, Potter? Ja, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Auto hit, auto hit! Oh, oh! Oh, oh! Lauf, loop, 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 loop! Raketen, 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 okay. Ah! Ah, das war anglücklich. Das war anlackig. Ja, wir haben ein bisschen Geld gemacht, das ist top. Wap, 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 wap. Also, macht schon Spaß zu spielen, muss man definitiv sagen, ne? Muss man einfach mal an dieser Stelle sagen, ist toll, ist top, den vorbeilaufenden Raketenschießer. Nice. Da denkt sich auch einfach, da fehlt eigentlich nur noch das Fragezeichen, ne? Den Boy, den betteln wir jetzt. Wir chargen erstmal hin. Prockt eigentlich auch mein Auto hit. Ähm, das ist tatsächlich interessant, allerdings ist fucking... Er ist aber noch markiert. Bitte nicht mich kicken, bitte nicht mich kicken. Ah, war aber okay, war wolf. War wolf, war wolf, war wolf, war wolf. So, wap. Ah, wunderschön, Leute. Wunderschön getroffen hier. Zack, ne? Dann haben wir ein bisschen mehr Tech-Speed hier, das ist nicht verkehrt. Zack. So, gucken wir mal, wo geht's weiter? Top-Lane ist Master Lee Sin. Master Lee Sin, der macht da oben ne kaputt, die Frau. Ist aber echt ein Even-Game aktuell, das finde ich richtig cool. Wo gehen wir gank, Leute? Wir gehen Bot-Lane. Let's go, Bot-Lane. So, ich wäre bereit. Let's go, Leute. Let's go. Da, ich bin bereit. Ich bin bereit. Zu jeder Zeit. Wie immer. So, ähm. Wupp. Nice, so grande. Da, 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 da. Na, ich weiß nicht, ob ich flashen hätte ich wahrscheinlich nicht müssen, aber ich hatte irgendwie ein bisschen Angst. Ich wollte nicht sterben. Nun gut. Das war eigentlich top. 5-2, obwohl wir nicht insane sind, aber es ist cool. Na, vor allem macht der Champ Spaß und hat einen geilen Arsch. Ah. Na, es ist halt... Ah. Ah, ich weiß nicht, Junge. Ich weiß nicht, Junge. Können wir hier an der Seite noch vorbeissnicken. Vielleicht kriegen wir ja doch noch jemanden getroffen. Er hat jetzt keinen Smite mehr, glaube ich. Nice. Ähm. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. E, E, E. Super gecharged. Super gecharged. Auto gesnackt. Ja, gut. Ja, gut. Guten Tag. Einmal bitte die Fahrkarten. Oh, kommt schon. Ich habe kleine Wege, gleich eine Wege, gleich eine Wege, gleich eine Wege. Okay, Ignat. Oh, gleich eine Wege. Heyo. Ah. 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 Lucky, mal Lucky. Ja, guten Tag. Ja. Das ist, äh, also ich lebe. Von daher ist es noch okay, aber... Hell. Haha. Schön, schön, schön. 7-2. Cool. Oh, ich bin so dumm. Ne, ich habe irgendwie vorhin gelesen, 50% Cooldown on the Champion hit und habe hier vorhin irgendwo meine Wege getroffen und dachte, hä? Das, ähm, okay, das ist, äh... Ah, shit, Alter. Okay, das war unlucky. Da habe ich kurz nicht aufgepasst. Ähm, Mist. Aber das wird er bezahlen noch, Leute. Das wird er bezahlen. Genau, kann ich, glaube ich, nicht fighten. Also mit Red Smite vielleicht, aber ansonsten wird es echt hart. Also fighten kann ich ihn, aber nicht fighten killmäßig, glaube ich. Boah, Schaden ist aber schon nicht schlecht, Leute, ne? Das geht schon. Ich meine, der ist schon tanky, der Boy, so ein bisschen. Also ein bisschen, ne? Er ist... Er ist ein tankiger Charakter. Na, da kommt noch ein Punkt ins Wehrein. Hier, Freund, der Sonne. Ha! Ha, da bin ich! April, April! Kann ich jetzt mal wieder aus meinem Stun hier rauskommen? Danke. Ja, gut. Geil. Gut und geil. Geh und geh. Wenn ihr den Nest einkaufen wollt, dann geht nach Gut und Geil. Kleine, hey, es ist gut und geil. So, weh. Hier, zack. Cloud Drake ist spawning. Ja, der wäre auch nicht ganz verkehrt. Na, mittlerweile rastet der Schaden auch aus. Quäse. Keiner schmeckt so gut wie Käse. Das hat aber auch Kulon, ey. Das ist aber auch echt verrückt, du. Und hängt. Tschüss, Sikowski. Und... Ah! Ah! Uh! Ah! Ah! Let me go! Ich bin tot, glaube ich. Ich lebe, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin lebe, ich bin tot. Ach, kacke. Kacke malacke. Scheiße, die heiße. Diese beiden, ne? Diese Kollegen, Dick und Dofi. Alter, der geht einfach Sterak secken. Was ist denn das für ein Plan? So, Rabadon ist am Start, Leute. AP sagt, 600 haben wir schon. Sehr geil. So, ich bin dabei jetzt. Ich bin... Jetzt bin ich bereit, meine Freunde. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Jetzt wird gebeten. Battlestar Galactica. Let's go for this. Oh ja, da sehe ich mich. Leider habe ich halt keine Magic Pen, was nicht ganz so geil ist. Ah! Hallo, guten Tag! Der hat schon mal ripped. Das ist gut. Freo! Oh mein Gott! Ah! Ich bin gekommen. Ah! Und komm, Schuss! Ah! Ja! Ah! Gib ihn mir! Gib ihn mir! Gib ihn mir! Oh ja, ich sterbe. Aber das war echt totally worth it, Leute. Totally worth it. Dieses Teil halt. Ne, macht einfach sauviel Damage einfach. Alter, der letzte. Plus 23% Target Missing Hell. Das sind einfach 40% Execute Schaden, Leute. Ja, GG. Und jetzt mit Vollshaft dazu? Nice. Ähm, das könnte potenziell... Das ist jetzt schlecht. Na ja, es ist halt so, wie das ist. Wap wap. Da unten kommt Zed. Das ist doch gar nicht so... Ja, ja, das ist... Ready, give me the ready. Give me the ready. Der will die Pflanze haben, aber nicht mit mir. Ha! Oh, shit. Ich wollte gerade hinterher springen. Ne, ist ja leider geplatzt. Da hätte ich noch für Leona gehen können. Na na nii. Oh na na nu. Oh na na nii. Na nu. 3, geil. Oh, was? Oho! 700! Execute 700, Leute. Oh my goodness. Oh my goodness. Ja, schön. Geil. Da, das gefällt mir, Leute. Oh, dut. Danke. So, wir können warten. Wir warten auf den EI. Richtigen Moment. Der ist tot, ist gut. Und... Oh, schade. Hast aber... Ist gut. Ist gut. So, Leute. Die Transformation beginnt jetzt. Und zwar die Fuck-You-All-Transformation. Wow! Was ist das? Mein Schaden gewesen? Der ist ja explodiert. Oh my goodness. Ne? Dafür, dass er so tanky ist. Aber damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Also so gar nicht. Holy moly. So, Leute. Boss-Transformation ist abgeschlossen. Jetzt kaufen wir uns noch Ludens für das Teil. Und dann ist top. Ne? 800 AP. Mh, lecker. Da sehe ich mich. Das macht Spaß. So, da ist set. Wir warten mal. Vielleicht kommt er ja vorbei. Okay, tut er nicht. Tut er doch. Oh! Nein, ich bin so ein Tomenkopf. Ich mache einfach... Weißt du, er ploppt von mir auf und ich drücke auf Supercharger. Richtig klug gemacht. Richtig, richtig klug gemacht von mir. Das Ding ist, ihr denkt euch jetzt, hey Tobi, warum hast du dir eine Training gekauft bei 40 Minuten? Das ist ganz einfach, weil dir das Item 1000 Millionen AP gibt. Es gibt jetzt schon 100 AP. 100 jetzt schon. Ne, und das scaled halt noch. Let it go, let it go. Das ist ein bisschen, da möchte ich jetzt vielleicht noch nicht ganz reinspringen. Ehrlich gesagt. Also, ich wäre schon dabei und würde mich auch sehen, aber... Ja, das finde ich schon top und top und cool und top und top und... Feuer! Bang! Bitte nicht, bitte nicht, bitte kein Bumerang, bitte nicht! Ah, schade. Ah, fuck. Jetzt schon 110. Wir haben Rabadon's fast eingeholt. So, ich bin unterwegs. Wie viel haben wir? Wir haben 930, Leute. Lecker. Wir müssen von hinten, wir müssen snipern, Leute. Wir sind Jhin 2.0 quasi. Ah, das ist der Falsche. Ich hätte da schon ulten können und der wäre gestorben, aber ich will halt doch wen anderes haben. Oh! Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott! Oh mein Gott, der Schaden! Oh mein Gott! Oh, was, Alter? Und? Ah, hier sind zu viele Minions im Feld. Ich mach random Blindshot. Blind! Oh, fucking Minion. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein! Ah, shit. Ah, herrlich, Leute. Herrlich, herrlich, herrlich. War auf jeden Fall eine superschöne Runde. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe euch auch. Und würde sagen, haut doch rein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.